Na, das Problem ist, das meiste davon wird ja wohl eher für Salarianer sein, oder? Okay, aus irgendeinem Grund haben die auch eine Rüstung für Menschen rumliegen. Das Ding ist auf jeden Fall wesentlich besser. Ausrüstung. Schilde, Schmetterschaden, Rüstung, Biotik, Schadenschutz, haben wir sowas nicht? Ich bin ziemlich sicher, wir hatten sowas. Boah, dieses Mausrad. Schrotfinden haben wir auf jeden Fall eine Menge. Vielleicht sollten wir Taddy mal mit einer neuen ausstatten, wo wir schon da weisen, aber... Ach, geht gar nicht, ne? Ne, das geht erst gleich. Wir speichern mal besser. Das ist nicht wahr, Schöpferd. Wenn es eine Kür für die Genophage gibt, können wir ihn nicht verletzen. Ich verstehe, dass du dich verletzt, aber wir beide wissen, dass Saren ist der Krieg hier. Er ist derjenige, dass du dich schrecklich bist. Schöpferd. Schöpferd. Sonst will ich das nicht tun. Schöpferd. Jetzt habe ich auch noch Skype angelassen. Moment. So. Das ist mal eben behoben. Ich finde es ein bisschen komisch, dass Rex gerade mich mit einer Pistole bedroht hat, wobei er sonst eigentlich immer Schrotflenten benutzt und auch mit einer Schrotflente hier ins Wasser geschossen hat. Aber nur zur Anmerkung, man kann Rex hier wirklich verlieren. Weil entweder erschießt man ihn dann selber, wenn man ihn nicht überzeugen kann. Oder Ashley tut es. Und deshalb habe ich auch diese Mission mit der Panzerung gemacht. Man kann es zwar auch so. Oh, Fußspuren. Zum Beispiel, wenn man halt genug Paragon- oder Renegade-Punkte hat. Und wenn man, ich glaube, ich weiß nicht, ob man Tali überhaupt auf der City der lassen kann. Aber auf jeden Fall, wenn man Gareth nicht rekrutiert und Leara noch nicht geholt hat. Weil sonst hat man nämlich nicht genug Squad-Mitglieder. Für ihn. Sie werden alle dabei sterben, das ist euch klar, oder? Das ist eine gute Idee, aber deine Leute werden sie getrennt. Wir sind schwerer als wir sehen, Commander. Aber es ist wahr. Ich glaube, dass viele von uns nicht mehr so gut machen können. Und das macht das, was ich noch mal fragen, noch mehr schwierig. Ich brauche einen von deinen Mann zu unterstützen, um mich zu helfen, um die Team zu koordinieren. Du denkst, dass ich mich mit einer meiner Leute zu verabschieden? Wir sind alle Soldaten, bei der Trade. Wenn deine Leute nicht bereit sind, wenn du wirklich so ein Risiko bist, würde du wirklich wollen sie bei dir sein? Er ist richtig, Commander. Wir können das nicht ohne beide Teams zu machen. Wen brauchen sie? Who would be better suited to the mission? Either of these two will do, Commander. Both seem willing to sacrifice their lives if necessary. Though if we are lucky, such sacrifices won't be required. Nehmen Sie Kai dann mit. Elenco, you're with the captain. Keep it simple, understood? Aye, aye, Commander. I will have the ordnance loaded onto the Normandy and brief your crew on its detonation sequencing. Do you have any questions before we go, Commander? The Normandy's picking me up. How will your teams escape the blast? We will engage the Geth as long as possible. Once the bomb is in place, we will fall back to try and escape the blast radius. If we move quickly, we should be able to escape with acceptable casualties. If not, then our memories will live on as martyrs to a greater cause. Shadow seems clear enough. What will the other teams be called? Eigor, Manovai and Jeeto. They were the initial settlements on our first three colony worlds. They are at the heart of Salarian territory to this day. These names will remind my men, what they are fighting for. They must have a personal stake in the fight, if we are to have any chance of success. Okay, gehen wir. I'm ready when you are, Captain. Excellent. Then if you'll excuse me, I need to prepare my men. Well, this is it. Don't do anything foolish, while I'm gone, Ash. And that goes for you too, Commander. We'll be fine, LT. Yeah, I just... Good luck. Was is los? Is there something you wanted to say, Caden? It's just weird, going under someone else's command. I've got so used to working with you. All of you. Don't worry so much. We'll see you on the other side. I know, I, um... I just wanted to say that it's been an honor serving with you, Commander. It doesn't matter if we're not in the same unit. We're still a team. Watch each other's backs, keep your eyes open, and fight like I know you can. We'll all come out of this in one piece. You bet, Commander. You all know the mission and what is at stake. I have come to trust each of you with my life. But I have also heard murmurs of discontent. I share your concerns. If we are trained for espionage, we would be legends, but the records are sealed. Glorying in battle is not our way. Think of our heroes. A silent step who defeated a nation with a single shot. Or the ever-alert who kept armies at bay with hidden facts. These giants do not seem to give us solace here, but they are not all that we are. Before the network, there was the fleet. Before diplomacy, there were soldiers. Our influence stopped the Arachni, but before that, we held the line. Our influence stopped the Krogan, but before that, we held the line. Our influence will stop staring. In the battle today, we will hold the line. Good luck, Commander. I hope we will meet again. Gut, Kai-Dann ist jetzt mit Carrie unterwegs. Das war wirklich sagen, Earth, not Rex. Wieso Earth, not Rex. Rex nehmen wir mit, weil, ne, Krogana. Und ich bin mir sicher, Liara oder Gareth. Ich nehme, würde sagen, Gareth. Promp-check, read me, Commander. Loud and clear. Good. We'll start our push. We'll try to make it to the AA-guns, but it might be up to you, to finish the job. And Commander, if you see any way, to undermine their defenses, we could definitely use the help. Shadow is on the ground. Repeat, Shadow is on the ground. Lieutenant Alenko with the E-Gore team. Manovai, Jay-Eto teams, move. Time to get some attention. Gut. Packen wir es an. Fire is coordinated on Manovai team. We can't reach the Gath-Turrets. They're out of rain. Nee, den Waffenspinn brauchen wir nicht. So. Das ist schon mal wichtig. Ich. Something's scrambled to target. We've got a shot. Lieutenant Alenko, take the heat off Manovai. Das sieht wichtig aus. Hoganer Krieger ist zurück. Moment. Wir müssen auch mal gerade. Ich hab Rex gar nicht gescaled, ne? Nee, hab ich gar nicht. Ihn spezialisieren wir mal auf Schrotflinten. Wop. Werfen auch. Werfen ist sehr gut. Kann ich? Hab ich hier noch irgendwas? Nö. No Specter Training. Das können wir mal fertig machen. Und. Gut, das lassen wir mal so. Moment. Aber Rex hat auch noch eine neue Schrotflinte, die wir ihm auch geben können. Nämlich die hier. Ähm, nein. Die wollte ich. Doch. Die wollte ich Rex geben. So. Installierte Upgrades übertragen. Und trägt auch noch mit drei Slots. Was ist denn das denn hier? Panzerbrechend. Panzerbrechend. Haben wir nicht Besseres? Doch inzwischen mussten wir ja schon was Besseres haben, ne? Wolfram. Und das hier. Komm, Waffenstabilität, warum nicht? Ja, sorry. Ich hör dich leider nicht. So, das war's mit dem Treibstoff erstmal. Komm. Ach so, gut. Habe ich schon gewundert, warum das Ausrufezeichen nicht weggeht. Aber das war nur verzögert. Habe ich eigentlich noch eine Rüstung für einen Kroganer? Weil er hat, glaube ich, immer noch die Standardrüstung. Dafür muss er aber schwere Rüstung benutzen können. Und die habe ich natürlich nicht gescaled, ne? Ne, da fehlt noch ein Pünktchen. Aber das kriegen wir bestimmt gleich. Okay. Okay. Dann gehen wir halt zurück zurück. Survivor, was sagt die denn? Ach, okay, das ist eine schwere Rüstung. Ich glaube, die können wir gar nicht benutzen. Shadow Team muss sich nahe kommen. Halt die Linie, Mann! Halt die Linie! Wer war das? Wo ist es? Die haben schon genug Ärger. Also, soviel ich weiß, dass ich den ganzen Rest gemacht habe, hätte ich das auch mit den Alarmen machen können, aber... Boah, was ist denn hier los? Ey, hallo? Die haben sich doch gerade getötet. So, da er ist. Right, Captain Sandy in Boston. Willkommen. Okay, das brauchen wir nicht. Wir brauchen erstmal den Fahrstuhl. So ein Vieh. Das kannst du sowas von vergessen. Ach, das...